. Sie wurden nach langem Suchen fündig und haben endlich eine schöne und auch bezahlbare Wohnung gefunden. Nur der alte Mieter will Ihnen noch seine Geschirrspüler oder die Waschmaschine aufs Auge trocken. Kann er überhaupt darauf beharren? Es besteht absolut kein Recht, dass der eingeziehende Mieter verpflichtet werden kann, irgendwelche Gegenstände vom Vormieter, dass er das übernehmen muss. Es kommt aber in der Praxis tatsächlich immer wieder vor, dass der ausziehende Mieter diese Gegenstände loswerden will. Wie wir es im Beispiel haben. Es sind meistens Garderoben, Kästchen, aber auch Spandteppiche oder Bodenbeläge, die er innen gemacht hat. Und man suggeriert dann am Mieteinteressenten noch gerne, du bekommst diese Wohnung in Fall auf Fall nur rüber, wenn du auch mir die Gegenstände zum Teil zu stolzen Preisen abnimmst. Wer die Wohnung bekommt, entscheidet ja letztlich immer der Eigentümer oder sein Vertreter. Also der alte Mieter kann so ein Recht gar nicht ableiten daraus. Es kommt dann noch dazu, dass man sich absolut bewusst sein muss, dass wenn ich so Gegenstände übernehme, dass ich diese eben auch übernehme mit Folgehaftung. Das heisst, wenn ich dann einmal rausgehe, muss ich entweder das Glück haben, dass ich das auch wieder überbinden kann, oder ich muss es eben entfernen, die Bodenbeläge allefalls rausnehmen. Und wir haben es in der Praxis schon zweimal erlebt, dass dann halt so vor allem Spandteppiche, statt Fachmann ist innen gemacht, grossflächig aufgeliebert worden sind. Und wenn man es dann rausnehmen will, und dann noch ein paar Ketten mit, die da unten ist, und wir haben Schäden bis auf den Unterlagsboden. Und das kann dann massive Kosten nach sich ziehen. Ganz extrem sind elektrische Installationen, die nicht durch einen konzessionierten Elektriker montiert wurden. Da rate ich einfach ganz dringend ab, Hände weg. Auch wenn es vielleicht etwas Friktionen gibt, darauf zu bestehen, dass das rausgenommen wird. Auch da haben wir es schon erlebt, dass am Schluss ein Spiegelschrank zum Beispiel einmal unter Strom gestanden ist. Also das ist dann ganz gefährlich. Was gilt es zu beachten, wenn man Gegenstände vom Vormieter übernehmen möchte? Gut, die beiden Parteien sind natürlich dann eigentlich frei in der Abwicklung und in der Preisgestaltung. Da wird der Vermieter sich nicht dreimischen. Er weist allenfalls auf gewisse Risiken hin. Und man wird es auch im Abnahmeprotokoll festhalten, dass dieser Spannteppich beispielsweise mit Folgehaftung übernommen wird. Damit auch der, den er übernimmt, sich bewusst ist, dass das nicht einfach eine Gefälligkeit ist, wenn er es gleich tut und den Gegenstand übernimmt.